... dass Sie hierher gekommen sind. Sie wollen sich das auch einmal ansehen und vielleicht auch diese Gruppe engagieren. Ich freue mich, dass ich begrüßen kann Eric Provo, Nathalie Pou, Berti Aridon, Caroline Erou, Michel Kognetschi und Christian Motron. Herzlich willkommen in Saarlouis. Vielen Dank. Wir haben heute Abend Gäste aus ganz Europa hier. Walter Birke, Amtsleiter aus dem Hause Kultur, hat mir gesagt, dass selbst aus London heute Abend Besucher hier sind, weil sie sich für dieses Spektakel interessieren. Also, wir haben heute Abend hier in Saarlouis, die Leute aus der ganzen Europäischen Union gekommen sind. Herr Bert, der Direktor des Services Kultur, hat uns gesagt, dass es auch Leute aus London kamen. Es werden noch viele Gäste heute Abend zu uns stoßen. Ich begrüße jetzt auch ganz herzlich Eberhard Zorn, unseren Oberst hier, der Chef unserer Soldaten mit Frau. Herzlich willkommen und viel Spaß. On va encore accueillir plus de gens ce soir. Monsieur Hedt souhaitt particulièrement la bienvenue à Monsieur Tzorn, General de la Brigade, ici in Saarlouis. Oleg Berlin und Stefan Jena unterhalten uns heute Abend hier. Herzlich willkommen und wir wünschen Ihnen auch viel Spaß. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die heute als Sponsoren auftreten. Und da möchte ich Dr. Harald Klein vom SA1 ganz herzlich begrüßen. Ohne euch würde das nicht laufen. Doch, das ist so, herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei den Stadtwerken ganz herzlich, bei Globus. Ich bedanke mich bei Agnes Fuschendorf von Victors, die für das tolle Buffet zuständig ist und die mich gebeten hat, nicht zu lange zu reden, damit wir essen können. Das werde ich auch gleich machen. Ich bedanke mich bei der Firma Czakowicz, bei Hufer & Söhne und bei Absolut Light & Sound. Das sind die, die uns helfen, dass das heute Abend stattfinden kann. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, bleiben Sie hier und warten Sie darauf, dass uns eine Künstlerin oder eine Künstlergruppe begrüßen wird. Und zwar werden wir dann gemeinsam in den Garten des Zaubers gehen. Wir erwarten noch, dass die Designerin Frau Palz, Margarita Palz, unsere Abend hier überraschende Teiche. Insofern können Sie jetzt übersetzen und am Schluss sagen Sie, dass die Bläser öffnet. Also, ein ganz, 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 ganz vielen Dank an alle die, die finanziellent das Erwähne und die sind die Sponsor des Erwähne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.